Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Misao, oder so heißt das? Ist ein weiteres RPG-Game. Ich habe keinen Plan, worum es da drin geht. Wirklich gar keinen Plan, weil ich wurde einfach mal gefragt, ob ich das spiele. Und da ich Katz sowieso nichts zu tun habe... Es ist ja... sehr kalt draußen und so und ähm... Gut, wir haben scheiße Sonne draußen, ich habe aber keinen Bock raus zu gehen, also zocke ich jetzt einfach mal. Und ja. Ups, ach ja. Wie bei Madfather. Madfather. Oh. Enter this girl's name with the keyboard. Da! Ups. Ich war es nicht. Ähm... Wie nennen wir sie? Wie nennen sie jetzt? Ja. So heißt ja meine Seite auf Facebook. Ist meine Künstler... Künstlerseite. Help. Find me. Misao? Ist das Misao? So heißt das Spiel. Misao. Misao. Was I'm dreaming? I thought I heard Misao. I guess it was just a dream. It's been three months. Oh no, it's so late. I'm gonna be late for school. Misao, Schule. Misao never stood out too much in our class. She was just a simple girl. Really. I wasn't too close to her, but I was always worrying about Misao being alone. I hoped I could be her friend, but that didn't happen. Three months ago, Misao went missing. She wasn't coming to school, and she hadn't come home either. She's not the type of flea home. Our parents were saying that she might have gotten involved in something. Well, I'm off. Your class breathed a rumor that Misao was long dead by now. I really hope they are wrong. I wanted to be her friend. Yeah, okay. So, finally, it's going to be my girl. I hope Misao is a girl, who seems to miss her. I guess we have to find her. I don't know. I don't know. So, here. And then you have the attractive teacher of Yuri's class, popular with students for his generosity. Okay, that's the teacher. Mr. Sotas, as cool as ever. The voice I heard in my dream, was that Misao? I hope I speak that right out. You've got to ignore my lecture. Eek! Eek! This information will be essential for the test, so you better listen. Eek! 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 I—I, I never said I liked anybody. I just think he's kind a cool. That's all. Eek! 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 Oh, wer ist das denn? Sieht leicht eingebildet aus. Yoshino. Ah, okay, das ist dieser Thomas. Paranormal, my ass. Juri's classmate, a boy carefree in a perennial, personality, everything. I'm for real, it's for real. The other day, a kid in the other class got dragged away in the bathroom. Juri's classmate, leader of the bullies. So sieht aus. Good. There was also the glass in the third floor hallway being broken from inside. Calm, early, maturing youth. Gotta be ghosts. Eek, I'm scared. Odiseed, um, saw Otome. Just Otome for sure, Thomas' girlfriend. Oh, ghosts, huh? Dumpass. Those ain't exist. Wait, what if this is Misao's curse? Look, this is no time for jokes. But I mean, it's totally possible. It's been three months since she vanished. Then this stuff just suddenly starts. If those events are Misao's curse, then Yoshino will be cursed sooner or later. What did I do? Yoshino, you did bully Misao a lot. Bullying? Why? I never. I was just making a little fun. And Touma always screwed with Misao. You're the one who get cursed. Me? Ha, I'm fine. Misao looked up to me. I wonder. Touma, I'm scared. I mean, I'm your girlfriend. Misao might have a grudge. Don't sweat it, Otome. I'll protect you. Oh, you're so nice, Touma. Oh. Ha. Do what you like, lovebirds. Misao, please don't curse us. The rest are fair game, Lord. Oops. Did I say that out loud? Ha, 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 ha. Okay, that's why I'm talking about it. An earthquake? And it's already so much to read. But what? It got dark right quick. What the heck's going on? Maybe, just maybe, it really is Misao's curse. Misao's real mad at us. Shut up. What the hell? I was just kidding about that curse cry. Ah. Ruby? Help. Misao? Misao! I hope I speak it right. I think I speak it all completely wrong. I can hear her speaking to me. Oh, no. It's gotta be her. Shut it. I don't hear her damn voice. Yuri, you're talking crazy talk. I'm not. Ah. I am. Misao. Oh, yeah. Help. Help. Find me, find me, blah, blah. What? Misao. I don't know. Misao. 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 you wish to go I will because he saw is my friend understood you are entrusted with the fate of the school I believe you can do it if you encounter any trouble pay a visit to library on the second floor she will try to her best to help if you wish to make a record please talk to me I will do so for you anytime you can also press c or shift to make a quick save deleting when game is closed you can ask for more details I pray for your safety I think I said it's no use without an item lander okay ich meine ich habe jetzt schon rückenschmerzen was ist das lecker blut auf dem boden a flower pot nothing out of the ordinary the principal's diary quote the emergency exit key fell out of the way somebody pick it up nothing out of the ordinary oh warte noch mal amaze it's fixed to the table inspected yeah cool cut pricked by a rose dawn oh the rose was poisoned it curses through yuri's body ich bin jetzt nicht tot oder aha 3 das wurde von der rose umgebracht warum war sie vergiftet kann man das zerstören ja und dann stand da ja von der anderen seite halt noch mal so you can't break it you're bare hands gut dann gehen wir mal weiter die ist wahrscheinlich zu ja da ist jemand it's locked it's locked it's locked it's locked ich habe schon sehr lange so was nicht mehr gespielt mit fahrer ist ja schon ein paar monate ja das gespielt habe iacca thank god miss you save you read you're just in time knows the chance of a lifetime since nobody's around we are free to look in mr sota's desk oh come on this is not time for that look at what's happening to the school school look top drawer picked with love letters to mr sota who dares who is it who dare to send love letters to my mr sota let's find out what they wrote iacca that really doesn't matter right now so let's get somewhere safe no way i can see everything and i haven't even looked in the button jogger you can pass up the upper opportunity what i want fine what do i care die dumme kubel ja unbedingt hier bleiben dann lassen wir sie halt allein okay wir haben kein geld um uns was zu kaufen doch anders place ist was so oh herrgott ein damit jetzt wieder raus ich untersucht dass es mal hier unten alles wird auch nicht wird auch nicht sondern wir haben auch nicht der ist nicht der ist sterbe ich davon? Toll. Gespeichert. Wir sind im Jungen-Klo. Oh, guck mal! Da ist der Typ. Ist der wirklich weg daran? Ich muss sie schützen. Ich muss etwas wegnehmen. Kann ich da rein? Na toll! Wenigstens greift es mich nicht an, aber ich brauche irgendwas, um es wegzulocken. Womit denn? Ah, okay, perfekt! Now I can get that evil spirit. Hm? Sow to me! Oh, die Stood! How dare you do this to sow to me! Take this monster! I'm sorry, I couldn't save you! Wer ist das eigentlich? Tod! Geben wir ins Mädchen-Klo, mal gucken, was da so ist. Können wir rein? Und hier scheint nichts interessantes zu sein. Okay. Können wir nicht rein? Was ist da? Oh Gott, es ist schon wieder so großartig. Ich sehe das schon. A diagram for human section. Creepy and stairs right at you. Toll. Gut, ich mache ein Schläfchen. Oh Gott, was passiert jetzt? Sag mir nicht, ich bin wieder tot. Zum Glück nicht. Oh, was war das? Oh Gott! Ich glaube. Nothing out of the ordinary. Nichts besonderes hier überall. Hm. Lecker. Ich möchte nur Hilfe! Wo ist da denn wer? Was ist das da? Ich kann einfach mal irgendwas drücken. Oder? Juri... Juu, help me! Sollen wir helfen, oder sollen wir nicht helfen? Gut, wir helfen, weil wir nett sind. Ich möchte, dich helfen, aber du bist immer zu büllen. Was? Was ist das? Wenn du sagst, nicht zu büllen, nicht zu büllen, dann wäre ich bereit, dich zu helfen. All right, yes, sure. I won't do it. No, help me out here. He's gonna come back if you don't hurry. Who? Eek, he's here. No, I don't wanna be a test subject. If I'm found, I'm done for. Gotta hide somewhere. Where can I hide? Gute smarte Feele. Ich weiß ja nicht, ob mir das was bringt, ne, aber... Was passiert jetzt? Wird sie sterben? Und wer ist das? Was? W- What? Scheiße. Was? Bin ich da grad... Ich glaub, ich bin explodiert, oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, es scheint interessant zu sein, das Spiel. Ich spiel auf jeden Fall gleich weiter ab. Es war schon wieder ein Part, nur mit Lesen. Passt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, und dass ihr beim nächsten Mal wieder zuguckt, wenn wir Misao spielen. Ich hoffe, bei Mario spricht's richtig aus, und wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Misao. Nope. Ohhh. Wenn du möchtest, meinst du...